Mit einer Düsseldorfer Delegation ist Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller zur Stärkung der internationalen Beziehungen der Landeshauptstadt in die USA gereist. Bei der ersten Station seiner Reise unterschrieb der OB im Rathaus von Portland im Bundesstaat Oregon ein Memorandum of Understanding. Mein Oberbürgermeisterkollege Ted Wheeler und ich haben dieses Papier unterschrieben. Darin versprechen wir uns, dass wir kooperieren wollen auf den Gebieten des Klimawandels und der Klimaanpassung, aber auch zu modernen Themen der Mobilität und der Nachhaltigkeit, die Erfahrungen unserer beider Städte auszutauschen. Wir haben festgestellt, dass Portland und Düsseldorf sehr viel gemeinsam haben. Die Stadt liegt genauso am Fluss, wie Düsseldorf am Fluss liegt. Die Stadt setzt einen großen Akzent im Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Wir haben uns auch ausgetauscht über den Ausbau der Infrastruktur für elektrisches Fahren. Auch da haben wir ganz ähnliche Ansätze. Auch bei der Frage, wie entwickeln wir bezahlbares Wohnen zum Beispiel, sind die Ansätze sehr vergleichbar. Trotzdem ist es natürlich ein Unterschied, ob wir in einer europäischen Stadt unterwegs sind wie Düsseldorf, die noch einmal viel, viel dichter besiedelt ist als Portland. Aber trotzdem, ich glaube, die Gemeinsamkeiten überwiegen und deshalb freue ich mich ganz besonders auf diese Kooperation, die dann vielleicht irgendwann auch in eine formelle Städtepartnerschaft münden kann. Initiatorin dieser Kooperation ist Nina Vorlob. Sie engagiert sich in der Düsseldorf-Portland-Association für eine offizielle Partnerschaft der beiden Städte. 2019 habe ich eine E-Mail vom Rathaus hier in Portland bekommen und die Anfrage ging an die deutsche Community hier und man hat mich gefragt, ob ich eine Idee hätte, welche Stadt vielleicht in Frage kommen könnte. Und ich habe sofort an Düsseldorf gedacht, aufgrund der gleichen Einwohnerzahl und der Flussnähe und dann ging es im Grunde auch relativ schnell, dass ich dort im Rathaus angerufen habe und wir haben das Projekt dann gestartet. Nach Portland ist Denver die nächste Station auf der USA-Reise, um dort die weltweit größte Fachmesse für unbemannte und autonome Mobilität zu besuchen. Diese wird gemeinsam mit der Messe Düsseldorf North America veranstaltet. Die Messe Düsseldorf North America veranstaltet.